Rennschwein Rudi Rüssel. Ah Mist, er ist schon zu Hause. Vormittags hab ich recht und nachmittags frei. Unmöglich! Drei Rechtschreibfehler in einem Satz. Welcher Idiot hat das denn bitte geschrieben? Das war ich. Und jetzt zeigst du mir mal, wo deine Wertsachen sind. Schau mal in der Schublade nach, ne? Da sind nur Bücher drin, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Und im Gegensatz zu dir hab ich auch einen sehr reichen Wortschatz. Und jetzt korrigier diesen Satz hier. Jetzt beruhig dich mal, so schlimm ist das auch wieder nicht. Einmal ist keinmal. Beim zweiten Mal sollten dann so langsam die Alarmglocken läuten. Und beim dritten Mal wird dann hier auch die Sprachpolizei kontaktiert, ne? Jemand hat die Polizei gerufen. Wir wurden kontaktiert, ne? Ich hab ihm nur etwas die deutsche Rechtschreibung erklärt. Wir haben den Einbrecher. Sie sind festgenommen, ne?